Was ist das? 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 Magst du Timo noch? Ja? Also ich habe jetzt kein Kontakt mit ihm oder so, aber ich habe auch nichts gegen ihn oder keine Ahnung. Was ist das? Jetzt Trick 17 Du hast Mascara im Auge, ich weiß. Einfach Dings ablecken und dann weg damit. Was ist das? Welche Augenpaar warst du? Blau! Okay, und ich bin jetzt eingeschauen. Dann, ich mache jetzt noch ein bisschen... Hey, wo ist das? Welche Mascara benutzt du? Ich kriege jetzt die Schublade nicht zu. Ähm, die Lash Sensational. Woran geht's hier irgendwie? Nirgendwo. Ich habe in der Zeit noch Bock mich zu schminken. Hier. Ihhh. Hinten wird's schon flexen. Nice, oder? Weird flex, aber okay. Machen wir jetzt ein bisschen Glitzer an meinem inneren Augenwinkel. Gleich gibt's sicher Tickies, oder? Natürlich. Sorry, Bag. Sorry, Bag. So, ein bisschen Glitzer. Aber natürlich nicht zu viel, deswegen mache ich sie ein bisschen weg. Okay. Plagiat zu... Plagiat zu geile Preise. Hole mir dieses Jahr. Plagiat... Plagiat richtig geile Preise. Wirst du noch mit... Bad Fae befreundet. Hä? Bad Fae? Was verstanden? Gculo? Hi, Meis. So und eigentlich, ich bin bereit, jetzt. Ich habe übrigens deine coole Hose an. Ey, leute Leute. Ich meine, Ich meine, das ist schon sick. Diese Bobs mal... Alter, ich schwöre. The Bobs, could you please go away? Ich dachte, die kommentieren, aber auf einmal sind jetzt noch im Livestreams drin. Die Bobs sollen wir mal bauen. Genau. Okay, guys, get off. It's nice talking to you.